Das Wetter in Tolo am 4.6.2020 um 7.05 Uhr hat es 20 Grad Celsius, beinahe 19,5. Es weht kein Wind. Ich habe festgestellt, dass die Uhrzeiten, jetzt 7.05 Uhr, immer noch die von Zürich sind, also Paris, London. Aber man hier jeweils eine Stunde hinzu addieren muss, da wir einen Wendekreis weiter sind. Im Zeichen des Steinbocks oder des Krebses.